Die Miss Rubensengel hat definitiv schon Erfahrung in Sachen Fotoshootings, da wäre sie eigentlich auch bei Optik Matt richtig gewesen. In der vergangenen Woche hat Matt Optik aus Regensburg nämlich ein dreitägiges Fotoshooting veranstaltet. Zwei professionelle männliche Models, drei weibliche und auch drei Kindermodels posierten für Fotograf Clemens Meyer. Die Location dafür wurde von Jura Holzbau in Riedenburg zur Verfügung gestellt. In den nächsten zwei Jahren sollen die Fotos dann für Werbemaßnahmen von Matt Optik verwendet werden. Für das Styling wurde Matt von Max, More & More, H&M, Whirl und Bijoux Brigitte unterstützt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.